Davy D, Dosibiki, Mick & Titsch, eine fantastische Gruppe, wir würden selbstverständlich auch ihr Platten vollkören wollen. Ich stehe jetzt zusammen, die haben ihn schon erkannt. Dave Barry, welcome Dave to the show. Good morning. Good morning, sagte er. Es ist schon Abend, aber morgen will er auf jeden Fall es haben. You work tremendously with your hands. You used to doing that much television. Er arbeitet so fantastisch mit seiner Hände, das haben sie bestimmt schon bei den letzten Gnummern gemerkt. Hast du schon so viel Fernseh schon gemacht? Same question, have you done so much television in England? Yeah, I've done quite a lot of television all around, you know, here and there, everywhere. It's a great routine, it's seen fantastisch aus und wir freuen uns immer mit einem Profi zusammen zu sein. Dave, what's that? I'm sweating, no? Yeah, I'm sweating, yeah. Das ist nicht so schlimm. Er hat es gemerkt, dass es ein bisschen heiß hier im Studio ist heute. Wir wollen ganz gleich weitergehen, Dave, mit deiner nächsten Platte. Die nächste Platte war ein großer Schlag in Amerika von Bobby Goldsboro. Your next record was a great hit in Amerika von Bobby Goldsboro. You made it in England, der hat es gemerkt in England. So ein großer, großer Schlager favorit. The name of the song is, the name of the song is? Little Things. Little Things, Dave Barry.